Hallihallo, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Some Batman Arkham City. Sharp und Strange haben die ganze Stadt in ein Gefängnis verwandelt. Äh, ja. Diese ganze Stadt ist in der Tat ein Gefängnis. So. Ein Gefängnis voller böser Menschen. Wovon einige uns hier richtig nerven. So wie der Joker, der uns hier vergiftet hat mit seinem hässlichen Blut. Wollen wir genug wachen? Wofür brauchen wir diesen Batman? Hm. Ja, das werdet ihr noch früh genug sehen. Und dann Victor Zass, der unbekannte Anrufer, der uns hier an der Nase rumführt und von A nach B hetzt. Egal. Ich möchte mal kurz gucken, was hier unser letzter Auftrag gewesen ist. Da seht's mir nach. Ah, wir sind hier grad in der Nähe. Erweitertes Realitätstraining online. Von so einem Training. Das haben wir ja... Oh gut. Noch mehr Schnee. ...vor einer Weile mal absolviert. Und das sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus, wie wir das gemacht haben. Ich kam da schneller mit zurecht, als ich das gedacht hab und von daher... Äh, ja. Okay. Ach, dann verwärmse ich dich mal kurz hier. Klauz. Jawohl. Also. Ich hab die übrigen Trainings-Einheiten auch für schwieriger gehalten. Also glaub ich nicht, dass das hier so hart sein kann. Aber mal schauen. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Was haben wir hier? Das sieht schon wieder so... Äh, naja aus. Whatever. 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 Gut. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Das war's nicht. Äh... Naja. Hab ich mir ja nicht anders gedacht. Also, auf Anhieb wäre auch zu einfach. Ja, stimme ich zu. Oh, da hab ich schon... Siehst du wohl? Haha. Ich Idiot. Wo schwinge ich mich jetzt hin? Erwartetes Realitätstraining fehlgeschlagen. Hier, wollte ich doch gar nicht hin. Mann, Mann, Mann. Was ist denn da los? Höre doch mal auf hier. Leute, was macht ihr mit mir? So. Also. Hier muss ich gerade drauf zuschweben. Und auch gerade durch. Erweitetes Realitätstraining fehlgeschlagen. Das wurde wohl aber nichts... Oh, das ist ein sehr langer Weg, den ich da schweben muss. Ja. Äh. Wie gesagt, wenn ich da zu oft feile, dann werde ich es eben lassen. Ich will mich da auch nicht die ganze Zeit dran aufhalten. Erweitetes Realitätstraining aktiviert. Aber ich hab das auch nicht so einfach in Erinnerung. Von daher. Erweitetes Realitätstraining fehlgeschlagen. Verzeihe ich es zum Spiel. Wenn es an meiner Stelle fehlt. Nein, ich bin es ja, der fehlt. Naja. Was soll's. Erweitetes Realitätstraining aktiviert. Gehört dazu. Aber wir nähern uns. Das war schon mal besser. Ich bin in den Tunnel eingeflogen. Oh, oh. Erweitetes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ja. So. Was sagt er? Geben wir uns noch zwei, drei Versuche? Alles klar. Erweitetes Realitätstraining aktiviert. Ich muss auch dazu sagen, es ist Spätnacht. Äh. Ich hab vielleicht nicht mehr ganz so den Nerv dafür. Oh, da bin ich schon wieder vorbeigeflogen. Habt ihr gesehen? Egal. So, jetzt muss ich mal kurz meinen Frust freien Lauf lassen. Und hier diese Ballons abschießen. Erweitetes Realitätstraining fehlgeschlagen. Mein Gott. Treff ich denn gar nichts? Ach, leck mich doch. Was ist denn los hier? Versuchen Sie nicht, sich der Mauer zu nähern? Was? Versuchen Sie nicht, sich der Mauer zu nähern? Junge, die Mauer muss weg! Weißt du doch. Ah. Also. Wir haben ja festgestellt. Durch den zweiten, dritten Ring fallen lassen. Ganz knapp dazwischen liegt es irgendwo, der Punkt. Und da bin ich schon wieder drüber weg. Drunter weg. Wie kommt denn das? Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Wie kann denn das sein? Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Ich komme doch sonst auch immer sehr gerade. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Gut. Ich wusste, da gab es irgendeinen Trick. Äh. Ich bin mir nur nicht sicher welchen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Wenn ich das wüsste. Oh. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Falsch. So. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Mal eben auf die andere Reklame springen. Schnellstes Fail ever. An dieser Stelle. Ja. Ist auch mal was. Das muss man erstmal schaffen. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Das ist doch mal was. Junge, Junge, Junge. Und ich wollte eigentlich so viel tun. Wie zum Beispiel, äh, Mr. Freeze finden oder so. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Aber das ist das Tolle an YouTube. Ihr könnt, äh, wenn es euch langweilt, einfach auf den Regler klicken und es vorspulen. Nein! Nein! Fail! Ich wäre euch nicht böse, wenn ihr es vorspult. Leckst mich an den Füßen. Ich stand doch so kurz davor. Oh, was hat das Spiel gegen mich? Meine Fräse! Meine Fräse! Oh, Jotte doch. Was ist denn das hier? Egal. So. Also. Damit euch nicht zu langweilig wird. Was erzähle ich euch denn so? Keine Ahnung. Also, der Tag heute war heiß, schwitzig. Ja. Es ist halt Sommer. Sommerpause habe ich beendet. Weiß nicht, ob das ein Fehler war. Zack. Auf jeden Fall fähle ich hier gerade ziemlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein bisschen zu schwitzige Hände fühle, dass das Joypad hat. Weiß der Geier. Mann, 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 Mann. Helf mir doch mal. So. Bisschen anfeuern hier. Dann funktioniert das auch. Ich komme mir so vor, als wenn meine Platte hängt. Oh, Junge. Oh, Junge. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, ich könnte jetzt einfach diesen Part abbrechen, unter normalen Voraussetzungen. und den neu aufnehmen. Aber das geht hier nicht, leider. Denn ich kann mir hier nicht aussuchen, welchen Speicherstand ich lade. Leider, leider. Denn hier gibt es keine Speicherstände. Hier gibt es Speicherpunkte. Und die sind festgelegt. Ja, siehst du wohl. Na, endlich. Haha, guck mal da. Ein Erfolg auch noch für diesen kleinen Scheiß hier. Erweiterter Ritter. Ja. Das wurde aber auch Zeit. Wie Charakter-Trophäe freigeschaltet. Ist mir alles scheißegal. Ja. Auf jeden Fall. Was ich gerade sagen wollte. Ich kann hier nicht einfach irgendwie ein Spiel neu laden. Nein, nein. Das geht nicht. Wenn ich hier irgendwie gefailt habe und durch einen dummen Zufall schon irgendeinen neuen Speicherpunkt erreicht habe, dann ist der zumindest meines Wissens nach final. Dann komme ich da nicht mehr raus. Habe ich jetzt hier ein Level-Up? Oh, verdammt. Ja. Okay. Dann nehmen wir mal den letzten Punkt für den Kampfanzug. Dann haben wir den auch auf dem maximalen. Jut. Haben wir da jetzt zehn Minuten dran vergeudet, dieses verdammte Training fertigzustellen. Egal. Wäre ich da fast noch an meine Grenzen gestoßen. Mhm. Und ich habe mich schon über die anderen Trainingseinheiten lustig gemacht hier. Da siehst du mal. Hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Egal. Da hinten haben wir hier so einen Titan-Behälter. Komm. Jetzt sind wir gerade schon mal dabei. Dann gehen wir den auch noch zerstören. Ist ja eine Nebenaufgabe. So da lebt. Aber... Das ist sicher dieses Titan ist nicht gefährlich. Ja. Wie sollte es das sein? Es ist in einer großen Kiste. Aber du hast gesehen, was es mit Joker gemacht hat. Er ist danach zu irgendeinem komischen Monster geworden. Ja, aber er hat sich vorher gespritzt, nicht wahr? Joker war schon immer ein bisschen crazy im Kopf. Egal. So. Also. Erstmal werde ich jetzt hier die Leute verprügeln. Genau. Ich muss aber trotzdem ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mich nicht mehr an jedes Detail erinnere, aber diesmal verspreche ich es hoch und heilig. Ich denke, ich glaube, ich hoffe, dass dieses Training wirklich das schwierigste gewesen ist. Was es da gab. Ich kam ein bisschen durcheinander damit. Ich habe ja geglaubt, eines der Vorringen, welches ich da absolviert habe, wäre schon Top-Level gewesen. Das war es wohl nicht. Da habe ich nicht mehr an dieses hier gedacht. Naja. Dieser Titanbehälter ist gut geschützt. Ich werde ihn nur mit Explosivgel zerstören können. Genau. Das habe ich ja gerade angewählt, du Schlauberger. Also. Äh. So, sprühen wir mal schön hier unser Bettzeichen drauf. Siehst du? Vielleicht ein bisschen Abstand nehmen. Boom. Ich muss den Rest der Titanbehälter finden und zerstören. Und sprengen. Genau. So, aber ich glaube wirklich, das ist hier der Hammer gewesen, das Schwierigste. An viel mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Und um nochmal auf die Speicherpunkte zurückzukommen. Ja. Das reicht schon aus, wenn ich hier so einen blöden Ballon zerschieße. Und dann speichert das. Das ist mir glaube ich auch einmal passiert. Hat man aber nicht gemerkt, was? Haha, ich bin eben gut. Naja, egal. Aufträge haben wir ja keine verpasst. So. Dieser Titanbehälter hier, den ich da gerade gesehen habe. Ich nehme zumindest mal an, dass es Titan war. Ja. Steht auch dran. Ist im Stahlwerk. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hinkomme. Hier. In diesem mittleren Bereich sowieso nicht. Und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel. Da gibt es hier hinten. Ja, es gibt nur noch diese Behälter. Und hier hinten den Angriff. Ach, weißt du was? Es ist zwar am Arsch der Welt am anderen Ende der Stadt. Und hier durch den roten Bereich kann ich nicht. Aber Menschen in Not, denen muss Batman einfach helfen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Deswegen tun wir das. Vorher zerschießen wir noch den Ballon hier, um euch das mal zu demonstrieren. So. So. Batarang auswählen. Nein. Wieder falsche Taste. Oh Mann, ey. Ich bin auch ein Tastaturklaus. Seht ihr. Jetzt komm doch mal auf einen grünen Zweig hier. Oder auf einen rostigen Stahlträger. Egal. So. Klatsch. Guck. Da speichert's. Ja, 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 ja. Naja. Da kommen. Gehen wir halt mal. Oder fliegen wir besser gesagt mal. Batman. Er ist hier. Was? Warum entdecken mich hier irgendwelche Idioten? So. Da unten könnte ich mit einem Gleittritt den Typen auf den Kopf landen. Nee. Brauche ich aber nicht. Das ist ein Problem, wenn sie erwischt werden. Stimmt. Naja. Von hier oben können wir genau sehen, was der Clown... Die Fledermatis... Achso. Ach, da sind sie ja. Ich dachte, die quatschen irgendwo da unten. Na egal. Also, wenn ich so offensichtlich hier in Leute reinlaufe, dann werde ich hier auch mal schnell verprügeln. Zack. Siehste, waren ja nur die beiden. Gucke mal. So. Wie man sieht, entferne ich mich. Von der kältesten Stelle der Stadt. Was? Kirchendach? Arschleck? Nein, 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 nein. Aber... Irgendwo hier... war ja... der Mensch in Not. Ach, das dauert noch eine Weile. Ich bin aber auf dem richtigen Weg. Das ist ein gutes Zeichen. Um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur Falke? Wie sieht's aus? Ich geh zu Pinguin. Ich hab Joker schon immer gehasst. Ich auch. Gut. Ziel gesichtet. So können wir uns halt fliegend hier schnell durch die Gegend bewegen. Ach, zielgesichtet. Leck mich am Arsch. Du verdammter Hubschrauber. Ich bin Batman. Was willst du mir eigentlich? Hast du das noch nicht verstanden? Jetzt muss ich allerdings mal kurz schauen. Ah. Fast richtig. Da unten. Ich hör's schon. Ja. Wo haben wir's? Na. Komm her. Da. Genau. Wie? Hör auf, ihn zu hauen. Klatsch. Ja. Hast du davon. Noch ein politischer Gefangener. So, so. Alles Politik hier. Komm zu glauben, dass du mich gerettet hast. Ja. Komm zu glauben. Fällt mir auch schwer, das zu glauben. So. Jetzt sind wir bei 17 Minuten. Ach, du dickes Ei. Guck mal. Das dauert doch schon wieder drei Minuten, bis ich hier am anderen Ende der Stadt bin. Da, wo ich bestimmt Mr. Freeze finde. Ja. Wir erinnern uns, das war im GCPD-Gebäude. Ja. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß das noch. Äh. Ja. Aber so schnell kommen wir da nicht hin. Wir haben hier leider keine Vehikel oder so. Es wäre vielleicht mal ganz nice, hier so ein Bad Pod zu haben oder sowas in der Art. Den Tumbler. Ja. Den könnte man hier gut gebrauchen, aber haben wir leider nicht. Was das angeht, ist da Batman noch ganz altmodisch. Aber da klingelt schon wieder ein verdammtes Telefon. Und da ich ja leider schon weiß, dass, äh... Batman, es ist Batman. Sowas wie... Telefone nicht ewig klingeln. Ach, vor zu viel Kiss, um zu kämpfen. Mein Fleisch hofft, dass du versagt wirst. Ja, werden wir da mal rangehen. Tust du das, Klingeling? Tja. So ein Ding aber auch. Der hält uns wirklich auf Trap hier, dieser Zass. Geh so schnell wie möglich. WTF. Schauen wir mal. Wo ist es? Ah, ich wollte gerade sagen. Nicht hier wieder auf der anderen Seite. Nein. Gott sei Dank. Es ist da hinten. Dafür haben wir aber auch nur eine Minute Zeit. Gut. Und da ist schon wieder ein Schub, aber egal. Den lassen wir gerade mal links liegen. Oder rechts liegen. Je nachdem. Kommt auf die Perspektive an. So. Oh, da schießen sie aber scharf. Mit, äh, scharfer Munition. Haha. Okay. Kann uns jetzt nicht so viel. Wir sind ja schneller als die. Aber man sollte das trotzdem nicht außer Acht lassen. Zack. So. Brauchten wir nicht mal die Schub. Herr Puttlange war gefüllt mit dem ekelerregendsten Fleisch der Menschheit. Hier konnte man alles bekommen. Vorausgesetzt natürlich. Man hatte das Geld. Am Anfang sah es so aus, als würde ich gewinnen. Ich hatte gute Karten. Und schnell spielte ich am Tisch des Eigentümers. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass ich gewinnen könnte. Dass er fair spielen würde. Ich sah mich am Tisch um, sah die Leute, gegen die ich spielte. Profispieler, Kriminelle, Prinzen und der abstoßende Zwerg, dem der Laden gehörte. Einer nach dem anderen stiegen sie aus. Die Pokerchips türmten sich und es hieß er gegen mich. Oh, das Signal ist schon wieder verloren. Naja, wir sind bei 33% erst. Oh, aber der Balken sieht doch schon ein bisschen weiter aus, oder? Für mich ist das mindestens die Hälfte. Naja. Ja, schön für euch. Hätte ich Pech gehabt, hätte ich hier auch noch wegboxen müssen, bevor ich an das Telefon rangehe. Zum Glück blieb mir das erspart, ja. Muss ich nicht unbedingt haben. Egal, jetzt kann ich mich mal straight umdrehen hier. Und mich da hinten hinbewegen. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als hätten halt die Leute hier plötzlich ganz gute Bewachtung. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Oder vielleicht ist das der Hubschrauber, der da schießt. Vielleicht sollte ich nicht so scharf an dem vorbeischwäden. Das weiß der Geier. Nur in die Ruhe. Ich mach doch nur Spaß. Jetzt kann ich echt froh sein, wenn ich noch vor Sonnenuntergang quasi in diesem verdammten GCPD ankomme. Sonnenuntergang. Ist eh so ein Witz. Hier ist doch immer Nacht. Das ist Gotham. Ich hab hier noch nie einen Sunshine Day gesehen. Amüsier, Meile. Aha. Na, wo ist es denn? Ist es das? Ja. Ich glaube ja. Sind die Leute immer noch Platz? Sonst nehmen wir es zu. Ja. Ich schlage vor, wir nehmen diese Loser mit zum Stahlmark. Wir waren doch hier dann geschult. Gut. Das waren hier natürlich so Leichen. Habt ihr das gehört? Wir machen Kunstwerke aus euch. Die auch beim letzten Mal schon hier lagen. Ich nicht. Was redest, Randa? Die werden uns umbringen. Das werden wir. Ich werde machen, was ihr wollt. Die waren schon platt. Scheiß auf den Idioten. Gut. Dann ist es eben so. Was gibt's denn hier schönes? Nichts. Kann ich ja gar nicht glauben. Da oben sind Leute. Juts. Das ist mir aber völlig egal. Naja. Scheint's wohl nichts mehr zu geben. Ich dachte ja, diese Figuren hier, die respawnen quasi. Dass sie irgendwann mal wiederkommen, die Schufte hier. Und ich das alles nochmal verprügeln muss. Scheint nicht so zu sein. Naja. Stört mich nicht weiter. Oh nein! Logischerweise sollte ich da nicht gerade in das eisige Wasser springen. Habe ich mich leider verguckt. Aber in dieser komischen Detektiv-Ansicht sieht das auch alles so gleich aus hier. Naja. Egal. Moment mal. Erstmal die Kamera hier fängt nicht... wurde zerstört. Ja, siehste. Ohne Funkgerät kann ich nicht weg. Wie ohne Funkgerät kann ich nicht weg? Ach, leck mich doch. Ich brauche das Funkgerät. Was denn für ein Funkgerät? Erst labert er mir was von Funkgerät. Jetzt klingelt hier das nächste Telefon. Mein Fleisch schreit, Batman. Ja? Wirst du mein Telefon finden? Oder werde ich einen Spaß haben? Hat das nicht schon mal geklingelt sogar? Ich bin doch hier vor zwei Parts schon mal... an dieses Telefon gegangen. Der verarscht mich doch. Eine Minute 14. Bist du des Wahnsinns? Da hinten. Oh boy, oh boy. Ihr wollt mich doch alle auf den Arm nehmen. Jetzt gib mal Gas hier. Keine Lust mehr hier. Nicht lange aufzuhalten. Da macht's Klingeling, Klingeling. Sie nannten ihn damals schon Pinguin. Er hatte natürlich noch beide Augen. Es war vor seinem kleinen Unfall. Und er blickte mich mit ihnen an, als ich meine Karten aufdeckte. Erst die Kreuz 6, dann die Karo 6. Er sah verängstigt aus. Er lehnte sich nach vorne. Und ich konnte seinen zigarrenverpesteten Atem riechen. Die Pik 6 und zum Schluss die Herz 6. Ich fühlte mich gut. Und dann begann er zu lachen. Er rückste Qualm aus, während er seine Karten aufdeckte. Karte um Karte verlor ich den Mut. Eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine verdammte 7. Sein Straight Flush hatte mich erledigt. Ich war am Ende und wurde raus aus der Stadt geworfen, ohne einen Penny. Tja. Klassischer Fall von Pech, würde ich sagen. Victor. Dumm gelaufen, was? So, jetzt aber mal ohne Scheiß. Ich, äh, musste doch in dieses verdammte GCPD, oder nicht? Denn da war die kalteste Stelle. Jetzt will ich's aber wissen hier. Zwölfmal. Ja, zwölfmal. Er dachte, sicher, es würde schnell gehen. Manchmal ist die Orientierung hier doch relativ schwierig. Manchmal brennst du einem die Haut weg, und erklammert sich dann trotzdem noch ausleben. Was glaubst du passiert als nächstes? So wie ich das sehe, schickt Jay uns weiter Leichen und wir stecken sie in diese Autos, bis uns der Platz ausgibt. Also, was hat's mit diesem Funkgerät auf sich? Was Batman gerade meinte. Ich denke doch, ich muss hier hin, oder? Guck mal, da wird's auch immer kälter. Minus 4,3, 4,4. 4,5. Hier ist es doch arschkalt. Ohne Scheiß. Fail. So. Ich brauche das Funkgerät. Was denn für ein Funkgerät? So. Das hast du gerade eben schon gesagt. Verschlüsselungskarte aus Pinguins Funkgerät? Ach so. Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguinen abhören. Na, guck mal an. Hm, okay. Zentrale, Einheit 29 meldet einen 1031. Mhm. Was auch immer ein 1031 ist. Das stimmt, Don. Die Insassen laufen frei herum und es gibt Gerüchte, die besagen, dass der Bandenkrieg an Schärfe gewonnen hat. Als regelmäßiger Zuschauer werden Sie sich sicher an mein Gespräch mit dem Bürgermeister erinnern. Ja, ja. Ach so. Das kenne ich schon, das Signal. Gut. Aber hier werde ich wohl entschlüsseln müssen. Ach so. Wie? Jetzt höre ich hier Funksprüche des Pinguins? So, so. Ich kann mich an diese Stelle nicht erinnern. Jokers Jungs sind immer noch draußen, Mr. Cuddlepot. Gut. Sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Komisch. Ich meine, es macht Sinn. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Jokers Leute auftauchen, schießen. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was? Einfach so? Ja, einfach so. Ja. Ich meine, es macht wirklich Sinn. Denn wenn das hier Leute vom Pinguin sind, dann sollte ich schon die Kommunikation abfangen können. Oh, jetzt haben wir hier fünf Schurken, alle bewaffnet. Gut. Äh. Nee. Aber das gehe ich jetzt nicht mehr an. Tut mir vielleicht ein bisschen leid, dass ich das in diesem Part nicht geschafft habe, hier irgendwas auf die Beine zu stellen, aber ihr habt ja gesehen, wie es mich aufgehalten hat. Kommt auch mal vor. Naja. Wie dem auch sei, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, hier endlich in diesem GCPD-Gebäude und wir vielleicht Mr. Freeze finden. Wir finden es nicht. Es ist nicht hier. Einen Moment mal. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so inkompetent seid, dass ich euch dabei helfen muss, einen einzelnen Raum zu durchsuchen? Siehste? Äh, nein. Ich meine... Es klingt, als würdest du das damit meinen. Bitte, Mr. Kabelpot. War nicht so gemeint. Wir finden es. Gut. Oh ja, noch was. Hab gehört, dass Batman zu euch kommt. Viel Glück. Ja. Also, Mr. Freeze oder der Pinguin, alles einerlei, alles Bösewichte, kriegen alle auf die Mütze. Aber nicht mehr jetzt, sondern beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play some Batman Arkham City. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Auf Wiedersehen. Tschüss.